Hier muss ich hin und da war ich schon, aber ich weiß nicht mehr, wie ich da hinkomme. Es gibt keine Treppen mehr, oder? Oder? Nein, gibt's nicht. Ich weiß, ich bin schon großzügig. Camilla sagt rechts das Becken, ins Becken, in welches Becken? Ach! Dort, wo die Fackeln sich kreuzen, musst du tauchen. Ja, zu lange her, wo wir das gespielt haben. Sag Camilla Dankeschön von mir. Ja, dort, wo die Fackeln sich kreuzen, sollst du tauchen. Das hat die Eule uns schon gesagt. Sie hört zu. Dann vielen Dank, Camilla. Hier. Yes, jetzt haben wir's. Die anderen zwei Wegweisungen waren übrigens auch von ihr. Aha! Das. Soviel zu dem Thema, ne? So, somit können wir uns jetzt auch schon das fünfte von acht Instrumenten sichern. Das ist ja crazy. Nein, nicht tauchen. Einfach nur hier rein, Herr Mann. Jetzt können wir zum Bossraum. Und zwar müssen wir zu Peak. Ich hätte das vor zwei Stunden selber gemacht. Okay. Ja, immerhin, ne? So, zu Peak. Ah, mit vereinter Chatkraft schaffen wir das. Wir schaffen das. Wir werden meine eigene Unfähigkeit ausbügeln, indem wir teammäßig voranschreiten, Freunde. Genau so machen wir das. So. Das war ein schönes Spiel, ne? Gefällt mir. Ihr könnt ja mal gerne... Oh, ja. Oh, das machen wir. Das machen wir. Wir werden jetzt folgendes machen. Die Mods... Einer der Mods wird jetzt... ...einen Straw Poll öffnen. Und zwar mit allen größeren Zelda-Titeln, die ich spielen kann. Und dann werdet ihr abstimmen... ...was für einen Zelda ich spielen soll. Das könnte auch eine Fee sein. Ja. Und zwar... ...hätte ich da gerne zur Auswahl... ...Twilight Princess HD... ...Äh... ...Skyward Swords... ...und... ...The Wind Waker HD. Die hätte ich gern zur Auswahl. Mods Kuso. So. Nein. Geh da hoch jetzt. Einfach nur, damit ich schon mal eine Richtung hab, was ich als nächstes... ...an Zelda-Spielen streamen soll. Alle Titel, die ich jetzt gerade genannt hab, hab ich noch nie zu 100% durchgespielt. Das wird auch für mich eine neue Challenge sein. Da werde ich mich wahrscheinlich oft aufregen. Aber es wird es wert sein. Puh, der Boss. Bin gespannt. Du willst also den Wind wecken. Ich werde dies fressen. Ist das ein Käfer oder ist das was Elektrisches? Es ist was ganz anderes. Es peitscht uns. Öh... ...Schleimal! Können wir... Oh. Ne, reinschlagen geht schon mal nicht. Aber wir können ihn rausziehen. Dann können wir ihm von der Seite ordentlich zusetzen. Okay, ich habe verstanden. Wie weiter wir das wegmachen, desto besser funktioniert es wahrscheinlich auch. Aber ich... Ich bringe voll in das Loch rein. Mach doch nicht so eine blöde Bewegung jetzt. Oh, 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 easy, easy, easy. Der frisst mich, der frisst mich. Hä? Das war ein Faker. Nur das ist der Originale. Das war der Fake wieder. So. Das reicht. Du weißt wohl nicht, wo du dich befindest. Du eives Kerlchen. Jetzt rastet er richtig aus. Das war es schon. Ich dachte, das wäre es noch nicht. Yay! Unser zwölftes Herz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, neun, zwölf. Jo, zwölf. Passt. Jede Reihe zehn. Kannst du auch mit Schild und Schwert abwehren. Ach, das geht auch. Gut. Sieht aus wie ein... Äh, ein... Wie nennt sich das? Ich dachte, Xylo... Windmarimba. Du hast die Windmarimba erhalten. Yay! Schrein. Inselgeheimnis im Schrein. Äh, nee. Wahrscheinlich genau da, wo dieser seltsame Riese da war. Bitte nicht. Ich will den nicht besiegen müssen. Wir sind zurück in der Zwergenbucht, Freunde. Wir haben den fünften Tempel geschafft. Ah, nice. FPS Drops of Doom. Of Doom. Of Doom. Wie viele Muscheln haben wir denn eigentlich? Wir haben jetzt 14 Muscheln. Haben wir nicht schon fünf abgegeben? Wir hatten doch schon fünf abgegeben, oder? Jetzt bist du ein Duda. Kann man da auch tauchen? Das sieht aus, als wäre da irgendwas. Sehe ich das falsch. Ich will da hin, wo diese seltsame Meerjungfrau da ist. Da will ich jetzt mal hin. Sind wir ja auch vorher nicht so richtig hingekommen. Oh, Strudel. So rar. Blüh. Mal gucken. Tauchen wir einfach drunter durch. Nee. Da unten drunter waren wir ja schon. Einfach da an Land gehen. Ja, leichter kann es ja wohl nicht sein. Didi. 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 So. Auf jeden Fall zum Schreien. Das wissen wir jetzt. Didi. 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 Viele Rubis. Was geht jetzt nur ab? Zapp. Zapp. Oh, ich liebe den Enterhaken. Da kannst du schön Pfeile sparen jetzt. Boah. Puder kannst du sparen. Kannst du ganz viel sparen. Ich mach mal so ein Powder auf die grünen Dinger. Moment. Das hab ich noch nicht ausprobiert. Was ist das denn jetzt? Reden? Ich hab was zu sagen. Was denn? Es gibt auf dieser Insel drei Lieder. Die drei Lieder wohnt ein Zauberinne. Wenn du mal nicht weiterkommst, spiel eins dieser Lieder. Vielleicht hilft's ja. Ja, und jetzt hast du nichts mehr zu sagen. Hoppala. Der ist so riesige, bekiffte Augen gehabt gerade, ne? Schon witzig. Oh, ich hab sie kommen. Da jetzt. Was langt jetzt? Was hat's mit dir auf sich? Du hast die fehlende Schuppe in die Nixen-Statue gesteckt. Oh, die haben wir doch gerade erst bekommen. Sehr witzig, der Kerl. Alter, ist... Moment mal, da ist... Ist da irgendwie so ein Weg nach unten? Das ist was Unsichtbares. Abhauen. Da muss irgendwo... Es sind ganz viele unsichtbare Sachen. Das ist das Auge der Wahrheit? Wo wir schon... Du hast die magische Lupe halten. Jetzt kannst du Dinge sehen, bevor sie... die Feuer unsichtbar waren. Das muss ich jetzt mal gucken. Wo ist die? Ach, die ist automatisch drin, oder wie? Ah, ist passiv. Okay, gut. So angenehm. Moment mal, wir hatten noch ein Buch. Wir hatten noch ein... Tatsächlich, da ist jetzt der Typ. Wir hatten noch ein Buch, wo da irgendwie was damit... wo es was damit auf sich hatte. Da sollten wir das auch mal machen. Erinnert ihr euch? Oh, da fällt mir jetzt gerade mal auf Anhieb was ein. Und zwar... Ich muss erst mal die zwei hier loswerden. Jetzt muss ich gerade mal was überlegen. Der sagt, äh... Die Dings der Inseln. Schreien der Inseln. Das muss auf jeden Fall dieser Schrein hier sein. Irgendwo, glaube ich. Das ist nämlich auch ein Schrein auf jeden Fall. Äh... Hier gehen wir jetzt hin. Da haben wir ewig lang versucht hinzukommen. Da müssen wir mit dem Baumstumpf hin. Äh... Spielen wir... Wie hieß es? Mambus Mambo spielen wir jetzt. Die... 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 Die Urungasteppe, genau. Jetzt müssten wir uns ja eigentlich ziemlich frei bewegen können. Es gibt jetzt, glaube ich, kein Feld mehr, wo wir nicht hingehen könnten, ne? Das heißt, uns müssten jetzt einige Herzteile offenstehen, die vorher verschlossen waren. Für uns. Die... 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 Warte, ich mach mal grad nur... Die Musik hier ist so ein kleines bisschen lauter. Die... 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 Nein, 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 nein. Nicht mehr wegbeam jetzt. Falsches Item. Falsche Taste. Yes. Haaa. Hier geht es los. Dort entlang. Nach unten. Hier entlang. Dort entlang. Hier entlang. Nach oben. Ah! Diesem Schild aus. Nachverdammt nochmal. Loch. Zieh mich doch nicht da rein. Hier lang. Zurück zum Start. Nein, ich hab's verkackt. Hm. Die... 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 Schon die richtigen Schilder nutzen, ne? In dem Sinne haben wir's ja nicht verkackt. Hier entlang. Ja, nach oben wieder. Das war... Oh, geht doch einmal weg. Das bohrt noch nicht nach. So, dieses Schild ist es. Dort entlang. Bist du? Hier entlang. Ja, Schleim. Nach oben. Hier entlang. Das bist jetzt aber du. Dort entlang. Ja. Jetzt haben wir sie gleich. Zurück zum Start? Was? Nein oder nee? Och nee, es war der Schild hier. Es war der hier. Es war der... Oh! Blöder Mist. Oh Gott. Soll's nicht durcheinander kommen? Die, 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 die... Okay, okay, okay. Wir schaffen das. Wir schaffen das, Freunde. Dort lang. Hier lang. So. Jetzt nicht dich lesen. Sondern dich lesen. Dann müsstest du jetzt das Letzte sein. Nee, doch nicht. Auf derselben Ebene. Vorsicht, ey. Ich bin beim Letzten jetzt verkacken. Toll, du hast es geschafft. Jetzt musst du nur noch die Treppe runter. Oh, ein Secret. Die, 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 die. Schön auf der Karte einzeichnen lassen. Wer ist das Ganze hier? Schicksalsacker. Ja. Schicksalshafte Begegnung hier. Ein Frosch. Der hat bestimmt noch ein Lied. Quark. Ich bin wahr. Der Frosch. Der Musikfrosch. Aber das weißt du ja. Du willst unsere neueste Komposition herren? Es kostet nur jächerliche 300 Robine. Wie sieht's aus? Das kostolut. Was ist das? Das war's für heute. Danke, vielen Dank, wunderbares Publikum. Keine Zugaben, Quark. Ist der Boss aus Super Mario 2. Was zur Hölle? Du hast den Krötenrap gelernt. Sind wir wohl kunstig. Jeder, der ihn hört, wird sofort munter. Selbst leblose Gegenstände... Oh, das müssen wir uns merken. Spielst du diese Melodie? Wird manches in deiner Umgebung etwas lebendiger fühlen? Das ist ein Hint, Freunde. Das ist ein Hint. Jetzt haben wir alle drei Lieder. Aha. Gut, jetzt möchte ich zu diesem Buch. Und gucken, was es damit auf sich hat. Ich glaube, mit dem Auge dürfte jetzt die Tauschquest doch auch vorbei sein, oder? Wir haben jetzt nichts Neues mehr zum Tauschen gekriegt. Das hat sich nicht nach Rap angehört. Nee, finde ich jetzt auch nicht möglich. Oh gut, jeder wie er mag, ne? Oh, ah, nein. Oh, blöder Fuchs. Tut mir leid. Oh, nee, nee, tut mir nicht leid. Oh, das tut mir leid. Ja, ist gut, Komet. Beruhig dich, beruhig dich. Unser guter Komet. Erinnert euch noch an ihn. So, hier mit diesem Buch. Die dunklen Geheimnisse von Kukulint. Wirklich lesen? Yes. Kann ein Ei ein Irrgarten sein? Rechts hoch, links links links, hoch links hoch. Verstehe, wer will. Äh, falsch. Kann ein Ei ein Irrgarten sein? Rechts hoch, links links links, hoch links hoch. Gut, das haben wir uns jetzt auf jeden Fall schon mal gespeichert.